Irgendwie sie haben das nicht ganz in den Frunnen gebaut. Ne. Hat der immer noch nicht seine Kisten aufgeräumt? Wie soll ich denn hier bauen wenn hier nichts aufgeräumt wird. Tja. So sind die Nordmänner. Echt schlimm. So. Alles voller Kisten und Loot-Backs. Alles voller gelber Säcke. Pfandpirat, das hab ich auch noch nie gehört. Echt nicht? Nee. Pfandpirat. Das ist ein gängiger Begriff, Pfandpirat. Ja, bei euch wahrscheinlich da unten, ne? Also ich hätt das jetzt so nicht, aber ich bin auch alt und du musst mich entschuldigen. Nein. Niemals. So. So. Bam, bam. Bam, bam. Quatsch, was mach ich denn? Ne? Also, hab er hier doch. Also ich muss sagen, ich hätt auch schon mal wieder auf ein anderes Spiel bei Steinen. Auf was? Auf ein anderes Spiel irgendwie so. Ja, ich hab auch schon überlegt, ne? Geht mir aus. Ja, ich hab auch schon überlegt, ne? andere, andere Mod oder sowas. Aber... Ah, die Einzige, die mich vielleicht noch interessieren würde, aber ich weiß, da sagst du ja irgendwas, da wäre ja auch was merkwürdig bei der Prepper oder wie heißt er. Ja? Ja, an sich ist die schon nicht schlecht, aber ich find's halt auch ein bisschen doof, weil da halt dann Zombies mit Waffen und sowas rumlaufen. Hä? Ja. Mit Waffen? Ja. Okay. Schisser. Schisser. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, keine Ahnung. Boah, so an sich hab die schon mal gespielt, so an sich ist die schon nicht schlecht. Okay. Okay. Die anderen find ich ja voll scheiße. Die Zero, die heißt noch, ähm, mit den Hoppers, also das ist ja überhaupt nicht für mich, ne? Ja, den Sinn versteh ich halt auch nicht. Den Sinn versteh ich nicht. Aber das hat ja mit Seven Days eigentlich dann nichts mehr zu tun, ne? Ja. Das ist mit vielen Mods so, oder mit einigen, sagst du so. Ja, gut, aber das hat ja, das Spiel ist ja mit Zombies und sowas und da sind ja auf einmal dann irgendwelche, kämpfst du gegen irgendwelche Roboter und Cyborgs und sowas. Aber trotzdem machst du das gleiche Setting, also trotzdem sieht alles gleich aus, bloß du kämpfst halt mit Cyborgs. Achso, ja, gut, dann ist es so ein Doppelscheiß. Ja, das macht ja keinen Sinn, wenn es dann wenigstens alles so geändert wäre, dann würde das ja auch ein bisschen Sinn machen, aber es ist trotzdem die gleichen Häuser, die gleichen Pio Ice, die gleichen Spiome. Ach, nächster, ich muss mir nächster reindrücken, okay. Pff, endlich. Hau den Fässer aber auch hin, wo er will. Pff, das haben wir. Wann? Diesmal baue ich die nicht ganz ran an die Wand, weil, sonst kamen die ja wieder hoch an den Speis. An die Wand? Warum ist das jetzt hier rot? Hm? Das ist doch Kocke. Kocke ist das. Ja. Warum? Ist das schon wieder so viel am Finger. Warum? Das ist nachlos. Marion! Einen wunderschönen Morgen! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Vielen Dank mit Mario! Hi Mario! Wie ist dir? Guten Tag! Hast du uns drei schon vermisst? Ich hoffe so. Das dauert aber auch lange, ja, so ein paar Kästen hier, 24 Minuten, ey, das wird schon wieder nicht fertig bis heute. Ja. Ja. Ja, hat sie! Jaaaa! Das ist ja wieder nischt hier. So. Jetzt können wir ja durchlaufen. Oh! Das ist aber nett, dann nachhören. Danke! Ich muss glaube ich gleich nochmal kurz weg. Irgendwie rebelliert gerade mein Körper so ein bisschen. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ein Körper rebelliert! So finde ich Corona bei meiner Frau an! Ach! Dann ist das Arsch-Corona! Was? Iiiiihihihi! Iiiihihihi! Iiiihihi! Iiiihihi! Hiiiihihi! Ja, ist so! Ich habe keine Mietezahl! Ich habe da keine Probleme mit mir gehabt. Ich habe nur, wie ihr, was mit Arsch gewonnen lassen? Ne, habe ich nicht gehabt, nein. Ich hatte tatsächlich, äh, die letzten zwei Jahre, also äh, was haben wir denn jetzt? 23? Äh, also 20 und 22 hatte ich da ein bisschen mehr Probleme. Oder hatte ich dann mehrmals im Jahr, hatte ich denn einen Magen-Darm. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Magen-Darm war oder was ich. Also, das war auch nicht so richtig angenehm. Ja. Da... Ich kann es ja nur immer wiederholen. Es ist immer sehr praktisch, wenn du direkt neben der Kloschüssel auch direkt das Waschbecken hast, dann kannst du gleich in beide Richtungen serotypisch raushauen. Absolut. Ja. Ne, das nicht. Haben Sie es schon, aber... Das war nicht so. Ach, ja. Ach, ja. War ja beschenkt und nicht mehr hier mit allerlei guten Sachen. Sehr gut. So, dann stelle ich nur noch ein bisschen weiter Munition her. Wollen wir immer fahren, fahren? Ja, ähm... Was ist denn das? Ja, genau. Ja, genau. Mindestens das. Genau. Alles klar. Wenn nicht jetzt... Wann dann? Wenn nicht... Wann dann? Wenn nicht... Wann dann? Wenn nicht... Wann dann? Wann dann würde ich jetzt auch essen? Nein, nein, nein. Aber Schrott. Nein, Schrott? Schrott essen? Schrott. Schrott. Achso. Schrott. Schrott ins Gesicht. So grober Schrott. So viel Blei brauchen wir. Also ich meine, ja, Blei... Ähm... Aber kein Schrott mehr. Ähm... Kein Schrott. Er ist dort... Wenn er frisst Schrott. Apropos... Ähm... Ja. Dann sag ich ja, wir brauchen Blei für Schrott. Machen, 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 machen. Und... Wir haben noch eine Blei Mine. Wo ist das Blei? Wo muss sie sich an die Schmieden... Wo sind die Schmieden dafür? Ganz auf dem Keller. Aber... Hä? Blei schmieden sie doch hier bei uns. Ach... Hier bei uns. Ja, hier bei uns. Aber hier ist ja nichts. Es ist bleiben hier, wenn wir es hier einschmelzen. Hat er recht. Ähm... Wo es appliziert werden muss. Oh... Oh... Das ist mein Pass, oder? Nein! So, wo ist denn die Blei Mine? Dann muss ich erstmal gucken, hol ich mir selber Blei jetzt. Dann muss ich erstmal... Blei Mine... Ne... Wo ist denn die Blei Mine jetzt? Was sie? Und ein paar aus dem Keller! Keller! Keller... Wenn man schon wieder im Zolle heim will. Ach, jetzt ist wieder dein Keller. Ja. Natürlich. Was soll sonst? Das ist alles nur sein. Ja gut, da ist die Blei Mine. Das ist klar, aber habt ihr noch Blei abgebaut. Ach, ich baue mir jetzt selber Blei ab. Das dauert mir alles viel zu lang. Ja, ich... Ich muss ja umräumen. Entschuldigung. Ach, da ist mein General. Das dauert mir alles viel zu lang. Äh... Ich hab hier auch ein bisschen Blei. Wo ist denn Blei? Ja. Ich fahr schon mal an bis 27. Wenn man hier natürlich nur... Dings eigentlich schmelzt, dann... Dings? Seitdem ich das Wort Dings kenn... Ja, das weiß man schon hier. Ja, das weiß man schon hier. Ach, nein. 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 Ich auch nicht. Irgendwie der Eisen an. Oh, Lehm. Lehm war das Wort, was ich gesucht habe. Lehm, Hammer. 80 Millionen Kilo. Ja... Mindestens. Irgendjemand schmilzt das da unten ein. Ist ja sehr... Wer schmilzt das ein? Ich hab's nur unten in die Kiste rein gesteckt. Weil unten die ganze Schmiede sind. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht raus benutzen. Ich schmilz. Ich schmilze. Ah... Ich schmilze ich. So. Luigi Schwindoligi. Wann? Ja. Der Name ist Programm. alles gut das ist genau das ist moment ja du hast gehört von schrot gesagt ich habe gesagt wir haben keinen schroth ja nicht vom geschossspitzen sagt also ich habe auch einen schroth haben wir nicht mehr so wir haben so viel gefasst wissen ja das ist doch blödsinn und verlieren wir doch so viel material dann will ich eher blei nehmen und mir lieber daraus schroth herstellen das macht viel mehr sind ja also muss ich dann ja also macht ihr mein zufach kaputt der scheißegal dies blei in der richtung würde ich aber vorsichtig sein und bisher abschüssen hat weil da ist unser bestem wochen wir vollkommen egal wenn das ding zusammenkriegt aber dann ist der ganze luft erst mal egal also ist alles egal ja ganz schön eine frau kein alkohol doch alkohol aber ist komplett sinnlos hier was regelt man da für ein blödsinn ich weiß so eine schlange trinkt heim das ist das ich meine alt aber der höchst ja noch viel älter an wie naja bei manchen leuten setzt dem mensch eben eher eine ja das ist ich hoffe ich hätte welche dann ich glaube ja das möchtest du nicht in diesem spiel schon hat mich geklappt und wo dann wo ist mein wo auch eine schaffe wohl kann man lustig sein das bleibt wird schon sagen wo es ist mein blei so haben wir noch ein bisschen was auch natürlich wieder ein paar stunden hier mit dem leben mit dem leben das schon mit dem blei das hält mir das ist auch noch ein bisschen kurz geruckelt gut knut oh deswegen habe ich immer mehrere waffen bei mir Sand ich habe mich nicht mehr abgebaut du bist mein eisend blei nee das war kein blei ähm so ich glaube ich will mal irgendwie ein bisschen abzuschütze dann ist nicht alles viel zu lang mhm hm als wir sollten reichen zum abschließen was ich alles zusammenbrechen was sagst du so ja sage ich auch an also ich habe ein paar mal mitgemacht in meinem tunnel ja bei mir ist noch nicht eine basis zusammengefallen beim gesamten gesamten seven days leben das ist gelogen ja gut das stimmt das ist tatsächlich gelogen weil einmal jetzt gerade im aktuellen let's player wollte ich gerade sagen aber das ist auch nur das ist auch nur das dach was zusammengefallen ist und nicht die basis aber ist egal ist trotzdem was zusammengefallen ja aber das ist ja nicht hier aufgrund von grabungen das ist alles alles safe ausreden sind wie arschlöcker jeder hat ja ich meine sogar mal irgendwo gelesen zu haben dass man noch vom nein egal lassen wir das ja nein das habe ich jetzt nicht nein bitte nicht das sag ich schnitt das dauert jetzt natürlich ein bisschen die ganze scheiße zu machen das kann eigentlich schon mal rüber in die hoden base die hoden base ich werde das auch schon mal entpacken den ganzen kram die hoden base hat er gesagt wir müssen noch was nachholen kann das sein ja zwei wochen nicht gespielt und dann hat mir so ein bisschen fischhal du hast auch nachholbedarf ne die schmeiß ich auch so rum die für so viel ist in so einer käste auch nicht drin keine schrott munition ja gar keine schrott munition mehr interessant das habe ich mir überhaupt noch da ist nichts drin ich bin mit der horden base weil ich gerade die munition hier gerade rüberbringen was ich weiß nicht mehr schrottliche nix mehr da war ich nicht weiß was zu hause war auch wieder nicht sortiert wenn wir das mal raus nehmen wir das mal ein bisschen nach der munition brauchen wir ein bisschen ab ein bisschen blei für den herrn der blei ist heißt das mal weg habe ich auch dann bist du schuld weil es nicht abgestürzt hat ich habe das abgestürzt das ist so kacke war schütteln und richtig nicht bauen war mein also muss ich ein werk machen schlecht aus und das ist auch überschaubar oder weil ich denke mal 7 62 er sieht ein schon ganz okay wir haben aber auch in der letzten horden nacht ja deswegen müssen wir schon noch gucken dass wir nachschub haben richtig eigentlich haben wir zu wenig munition arbeit im zu wenig munition ich habe noch ein bisschen blei reingepackt ein bisschen spariert wenn jetzt mal so von aus geht also 67 ja sicherlich schon paar tausend schuss raushaustern naja also das ist schon nicht wenig was wir ausbauen ja das knapp natürlich wird das eine enge geschichte und noch 19 stunden zu risiken und nebenwirkungen lesen sie die packungsbeilage und frage ja 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 so wie schaut sind ja aus mit dem messing also man muss 90 milliarden kisten nein hier ist keine munition ist eine futter kiste noch eine pilen kiste die agra für mich und an der versuch mit einem jahr schweiß das geben du weißt was das bedeutet wenn ich wie agra kriegt dann ist auch ich muss nicht leiden aufbauen gleich gleich zu dritt alleine dann habt ihr die wahl entweder ist draußen bei den sechs oder drinnen beim nordisch oder auch ich bin dann mal weg für heute ich werde doch die ersten in der apokalypse gleich da ja dann wird er auf geht mir doch nix das doch doch nope nein nein jetzt habe ich in meinem land noch ein bisschen moni ein bisschen ja wir werden drauf gehen ist also so zu machen irgendwann stimmt jeder rückgehen aber dann sind wir nicht mehr die besten weil sich um sind wir nicht wir hätten einfallsreiche auswahl mit b dann könntet ihr schneller bauen haben wir mit b wenn ihr das eingeben würde dann hätten wir einfallsreiche für den creator code da gibt es fünf prozent auf meine neue dortiment wir haben einfach freie ich bin ihr herstellen wollte ob man so sie bringen die leute zu uns so okay ich muss leider noch mal ich habe es angekündigt ich muss gleich noch mal ja was wieder nicht zugehört vielleicht gefällt es ihm auch vielleicht hat auch ein daten zu oft hat einfallsreiche mobos ich stelle was her los kann ich nicht ich hab nix warum nicht weil ich nix habe zum herstellen ich habe alles schon hergestellt das schmelzt nicht schnell genug ein scheiße ja das ist das problem wenn es fürs schmelzen wenigstens auch gehen würde aber ja läuft doch was ist hier wir dürfen ja durch hier nochmal beton macht doch irgendwas schnell nein ja das macht keinen sinn mehr ne die emotionen was denn nein wow ich bin voll also komm mal schnell her was wirst du hier bist du das wahnsinns warum ja ich wollte ich muss nicht machen aber man ist total voll meint sie auch so gut wie wo denn hinten bei links ähhhhh boah so kann ich jetzt was machen schnell 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 alter der macht mich fertig ein nein nein das habe ich jetzt aufgesammelt schnell rein da schnell rein da alles ich habe nur schießpulver eingesammelt was soll ich denn da machen ich habe alles in die kiste geschmissen munitionsherstellung so blattdruck ist da eine kiste da unten jawohl danke so der macht mich fertig so ich habe noch mehr schießpulver hä ach schroß sind wir nicht schon gut er herstellen ne ich habe irgendwelche spikes auf einmal das habe ich halt haben wir schießpulver nicht ähm ich weiß nicht was brauche ich denn dafür Hülsen 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 wir haben keine Hülsen wir haben doch Hülsen wir haben doch gibt es doch nicht ey nein die ist schon vorbei scheiße ach nein die ist echt vorbei ja ne ist noch nicht vorbei naja bei mir ist ja nicht zwei Minuten ist bei mir ja ja man muss ja einen weg machen so okay das ist ja blöd ne ist ja normal das ist doch normal wow los er wird er wird brauchen wir was brauchen wir na hoffen wir irgendwelche Pfandwagen zu stellen ja Papier das ist doch ein roberst roberst warum haben wir keinen rum ja deswegen wollte der nordisch doch mit Blei einschmelzen ja du hast eine zu ne nö kann ich eigentlich was ist doch kann ich kann ich kann ich kann ich schau ja die Geheime Vorrede und Halliallo Also das war zu posten mit meinem Arm ist Kaffel Dann mach es mit dem anderen Arm Ne weiß ich nicht, keine Ahnung Schwarzer Hasser! Sehr nice Na wie geil, wie steilt schwarzer Garner Was ist nie los Für Munition Boah, ich freue mich Boah Ich bin über Über Lager Über Früh ich meine Was fehlt in mir schon wieder Ich hab doch Ich hab doch eben Schisspulver gehabt Du musst mich verraten Moin Papier Wasser Papier Wir haben alles weg Hier ist doch auch noch Ah scheiße Jetzt ist Einfallsreich weg Fuck Ah, gerade in dem Moment hab ich gemacht Scheiße Oh nein ey Ich wollte nämlich gerade nochmal Beton anschmeißen Das darf sich einfach Ist ja reichen Okay Naja, egal Genau in der Sekunde war es weg Scheiße Was willst du machen, Alter? Aber bei mir läufts noch durch Was ist das? Oh Munition Äh, Horten Was hat mir heute noch gewollt? Eine halb Stunden Eine Stunde noch Eine Stunde noch Eine Stunde noch Der Tag hat gerade angefangen Wie knapp Ja Ich denke auch Soll ich mal ein bisschen die Zeit vorstellen? Ja gut, rein theoretisch wäre es ja wurscht ne? Muss man gleich mal Nordisch fragen, wenn er da ist Aber warum nicht? Ich brauch' dir nicht komplett vorstellen Ja, aber so sieht's, bleibt ja 18 Uhr oder so Ja Was ist denn hier los? Schwarze Karte, ey Scheiß, den Nordisch wieder zu Was wollt ihr denn sagen? Baut er den Nordisch wieder ein? Bau ihn ein, mach ihn's platt Oh scheiße Habe ich da draußen grad mit Schreien gehört? Oder hab ich mich noch eingebildet? Ich schreie auch hin und die an Wie ein Mädchen Ja Ja Mäschchen, ey Weißt du Kannst dir mal so ein paar Kannst dir gleich nicht mehr laufen, ey Ach mach nichts Lachen Das mach ich überhaupt nicht Ich würd schon gerne auch rauskommen hier Einfach durchspringen Da raus Ich bin draußen Ich bin weg Aber so wie ich ihn kenne, lässt das einfach liegen und geht Mach die Tür zu Und verschließ die Ja Beide Türen Oh ist ne gute Idee Ich glaub hier die Zäune werden nicht springen, Morbus Weil die Doch die springen und so, das geht schon Meinst du? Ja, das wird schon Ja, das wird schon Boah, das wird der Hals auf der Hau, ey Scheiße Einfach wo sie nicht denken Nee, bevor sie halt nicht, als ich spielen mahlen Ja Da unten ist hier Zumindest Einen Etwa ein Neiger Alter Einen Geh mal raus Lassen wir hier raus So, ich hab ein bisschen Mut eingesteckt 1048 Na Hat er denn hier so Und halbisch. Es ist voll mit Panzerbrechen Das gefällt dem nordisch bestimmt. Warum? Ich hab doch gesagt, es ist was drüben, aber nicht viel. Das ist mehr als halb voll, das reicht doch erstmal. Jaaa. Ah, der schwarze Kater wieder. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Aufräumen, Herr Neuf, aufräumen. Du siehst aus, sie bräuchte auch bis zur Horde. Aber wir wollten die Zeit vorstellen. Ja, wir hatten die Idee, ob wir die Zeit vorstellen, dass wir die Horde heute bespielen können. Wieso, wir haben's doch schon 8 Uhr knapp. Ja, können aber knapp werden. Meinen Sie nicht, dass es passt? Ja, soweit vorstellen wollten wir auch nicht. Ich sag mal so, 15 Uhr oder so. 15, 15 Uhr. Ja, gleich. Bist du das fertig sortiert hast? Ja, ich muss mich erstmal wieder komplett entleeren hier. Weil ich... Also du warte halt nicht irgendwie, ja, man wird schon wieder? Naja, nur nützt ja nix. Wenn der Körper sagt, muss, dann muss. Ja. Aber da würde ich dann mal drauf achten, wenn das du auch vorkommst, ne? Glaub mir, ich weiß schon, warum das ist. Keine Sorge. Ich kenne meinen Körper schon. Na, ich meine nur, weil... Ich kann auch ein schöneres sein. Ich kann auch ein schöneres sein. Das kann auch ein schöneres sein. Nein, das kann auch ein schöneres sein. Das kann auch ein schöneres sein. Oh yeah. Oh yeah. Ich mach doch nur Sorgen und bin ordentlich. Ach. Schakalack. So. Oh, ich bau mal hier ein Zombie hier. Was ist denn hier los, ja? Oh, das kommt da ran. Brauchst du hier ein Zombie oder brauchst du hier ein Zombie? Nein, ich muss meinen Schafschützen geben. Wir werden noch ein bisschen einschießen hier. Oh, das... Ist hier Schießpulver drin, was wir eigentlich... Okay, das kann hier anfangen zu markieren. Was ist denn hier passiert? Was ist denn? Oh, so. Das ist alles Munition. Das wird schon mal sich weg, das brauchen wir nicht. Scrapp ich mal. Halten wir. Das sind uns noch welche. Das ist alles. Ein Dreierbohrer, oh. Schild. Jawoll. Hup. Ich soll dir sagen, du sollst mal dein Zimmer aufräumen, hier schaut's aus. Schau auf wie bei Hempels. Ja. Wer diese Hempels sind, das müssen coole Leute sein. Was sie mittlerweile jetzt haben. Ja. Unter dem Sofa. So. Ich hab nicht mehr. Ja. Oh. Ähh... Nein, nein, nein. Was denn? Ich glaub ich hab so viel Glöpster schon gegeben. Na, fuhren wir auf und auf. Auf wir können wir jetzt haben nichts. das ist das problem verständlich findet euch damit ab ich glaube du musst machen die tage aber nicht bei mir auf der los hier Ja, hä? Ich glaube ich spinne. Hallo? Räusche worden hier. Was ist denn los? Ah. Dreck. Ah. Boah, gleich ein Simbolischer. Ist klar. Das ist schon die Vorhut. Die Vorhaut. Ey, Vorhut. Vorhaut. Die Vorhaut, die Spiehaut, die Drückhaut. Naja, egal. Hm. Cool. Ich wollt's doch nur erklären. Blei. Blei, Blei, Rüstung, Rüstung. Was geht? Uppesu, uppesu. Ding. Oh. Uppesu. Uh. Smots. Smots. Hallo. Händler Reset. Boah, brauchen wir hier noch zwei Episode? Oh ja, bitte. Ehrlich. Unbedingt. Sag mal Bücher, die wir nicht schon haben, kann ich nicht scrap mehr, ne? Ja, scrap mehr. Oder du verkaufst sie und wir nennen das Geld für Munition. Ja, aber wir brauchen da eher ein bisschen Papier, oder nicht? Oh. Papier haben wir echt kaum noch was gehabt. Ja. Ja. Musst du sammeln gehen? Dann oder so. Ja, mach ich doch schon. Bin ja schon dabei. Dann so. Han Solo. Ich war heute ein bisschen einkaufen. Ich war heute ein bisschen einkaufen, da sehe ich hier schon schwarzer Kader. Ah, da nimmt was für heute Abend. Ja. Was darf denn sein? Die kühle Blonde. Die kühle Blonde. Die kühle Blonde. Ah, die kühle Blonde. Die kühle Blonde. Das ist groß und schlamm. So. Amborn. Ist auch schon alles durch, das ist gut. Nein, nicht lesen. Nein, nicht lesen, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Nein, ich möchte nicht lesen. Ich möchte dieses Buch nicht lesen. Ja, dann lass es bleiben. Ja. Munition. Sehr gut. Dann können wir mal ein bisschen durchholzen hier. Ah, 67. Also. Upsi. 1,2,3. 1,2,3. Oh, ne. Ich möchte diese Teppich nicht kaufen. Aber warum denn nicht? Aber warum denn nicht? 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. Das ist das überlastet. Das bin ich wirklich. Ja. Und ich bin belastet. Ja. Weil ich mal Munition hier ohne Ende herstellen. Das ist krass. Schön durchbraten hier. Sehr schön. Oh, la 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 la. So, vielleicht packen wir es mal hier oben wieder rein. Ah, sind wir haben genug. Äh. Äh. Da, Schwarzpulver. Das können jetzt zu viel gewesen sein. Ja. Boah. Dann bringen wir die Munition. Oh, ne. Lang noch. Lang noch. Er fräger. Er fräger. Er fräger. Lang noch. Er fräger. Er fräger. Er fräger. Er fräger. Lang noch. Gäun, 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 Gäun. Darum. Nicht durchgehen. Warum nicht? Warum? Warum läuft denn das Scheiß? Weil ich hier grad was einstell. Oh. Dann warte ich jetzt nicht ausgefübsen. Pass auf die Sahen. Ich habe Pass auf die Sahen gefunden. Logist hat seine Sahen. Ich hab grad Energy gedruckt und bin jetzt grad gehüpft, da wär ich fast in die Spikes reingehüpft. Aber sie können. Ah, endlich. So, dann kann ich noch ein bisschen das öffnen. Wir müssen mal nach Hause. Geh doch. Geh doch zu Hause, du alte. Quadrahtwurzeln. Quadrahtwurzeln, ja also. Oh, dann können wir hier ja ein bisschen monopulier rein. Aber wer hat dir denn eigentlich in deinen kleinen hässlichen? Das war vergeschritten. Warum ist der Zombie denn innen? Zombie innen gendern wir jetzt hier auch schon, oder? Ja. Nicht? Zombie innen. Der wird nicht gendert. Ach so, sorry. Cori. Heißt da hat immer noch. Überhaupt schon begonnen, was haben wir von Abstimmung? Bestellung? Einzugsammlung. Kritische Immunität. Ah, okay. Also nicht betroffen. Ja. Die Schüsse müssen ja alles schön gut da oben, ne? Aber meistens nicht, dass man sie irgendwie einbauen müsste, bis sie nicht abgeschossen werden. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Es ist nur so, weil die letzten Systeme waren sehr schnell weg. Stimmt, das ist auch wieder recht, ne? Weil, haben viele Polisisten. Haben sie recht. Ich bin so schnell, ich laufe schon an Leiter vorbei, ey. Ja, wiii! Äh, nah, 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 da, 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 da... Wollen wir, wollen wir so reinpacken? Ja, macht mich völlig unzähl. Was war das? Tophilfe? Kann man das so machen? Nein. Ich spreche so, dass ich, dass ich darüber springe. Okay. Aber, ich meine die ähm, die, um, electric fans ist nicht mehr so schaden, auch wenn sie nicht da direkt draufhauen sobald einmal durchläuft nehmen ja ja das ist ja logisch so ein bisschen herbert ist ja noch nicht viel zum verkaufen auch alles weg und auch keine kann so kaufen dafür kannst du kaufen eine 5 5 magnum und hier eine strahlungsanferner motor dann noch ja ich packe sie in die dings rein in die eine von den kisten in der horten base haben wir hier alle teile und so ich habe die soviel schimpel im baum ja auch noch gleich ausmüllen bevor es nicht losgeht er so habe ich habe da kannst du wieder nix drauf bauen warum denn nicht weil ihr dann noch mal eine platte draufgelegt habt ja toll abstimmung hat begonnen wir hatten ich habe essensvorrede buchvorrede oder waffenvorrede ich packe die mod mal ganz unten in die kiste aber ganz tief richtig tief rein aufgehört auf damit ist auch fleisch noch drin wo ich so fleisch drin meine freunde zu mir warum sind wir hintern will was ich habe gesagt ich habe ja gerade genommen mal kurz mir die 40 vorbereitet dann geht der tanz los damit damit ich nicht fliegt wenn man da wirklich flottscht naja da musst du 15 bis 30 nehmen passt schon das hat ein 5er scharfschützengewerb wenn einer möchte ach nö das war gut aber scharfschützengewerb muss ich nicht haben ich probier was ein vateria für horten nach ist das scheiße aber ja ja eben für horten nach ist das scheiße aber so für missionen kann man es machen oder so zum jagen das auch oder nicht sieht doch schon mal gut aus an fleisch trotzdem kriegen die kiste einfach nicht voll mit fleisch das ist nicht voll ich sehe äh abschämmer oh brandopfer okay ich gehe schon raus wie für ein fleisch wie für ein fleisch alle müsste da befehl heißen so das kommt dann jetzt äh 18 Sekunden umdenken diesmal an euer Lernelixier macht das sowieso nicht ach so hab ich schon vergessen weißt du diesmal habe ich einen vernünftigen Ping hier ich bin schon begeistert so dann haben wir da ein bisschen Munizie das stein das sind wir mal hier wir finden Lärm ach die letzte Woche nicht mehr weil wir schon alle ich hab's ja ich hab's ja das ist ja schade also also nothing ja 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 oh was geht hier ab natürlich jetzt hab ich keinen Beton aber die bringt mir doch die Füße ein bisschen 200 Beton sind noch in der mittleren Kiste glaube ich oder in einer der drei Kisten das ist ein Löffel oh ne 3er Automatikschrubbinde sehr geil ja 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 ja